gestern ist die neue season gestartet und somit gibt es heute auch den ersten richtigen shop den wir uns gleich anschauen werden schreibt davor gerne mal rein wie die neue season findet ich muss sagen wirklich nice bis jetzt aber ich gehe direkt mal auf den shop drauf denn den schauen uns heute mal an das der erste shop oben ok die battleball stufen natürlich die ganzen anderen pakete und was haben wir hier ich glaube das kam gestern nach dem update auch rein ich zeig es trotzdem mal schnell optimus primal und da gibt es hier rücken access war hacke und noch dieses im mode zu attacke das kann man gestern glaube ich direkt nach dem update ein wenn wir jetzt kann ich alles täuscht ja das kennt man also schon und dann gibt es darunter vorgestellte sachen erfinderin salon die ist aber neu schauen uns direkt mal an erfinderin salon der skin erinnert mich auch wieder an irgendeinen anderen skin hier geht zum rücken accessoire dann gibt es noch scheinbar eine hacke dazu so eine sensor okay die sieht sehr außergewöhnlich aus okay ist eine interessante hacke muss man sagen beides zu neuem start daneben die jahr zurück nach zehn tagen dann gibt es hier noch die integrierte hacke von ihr der blüte auch noch mal zurück mit ebenfalls einer integrierten hacke 17 tage her und dann gibt es noch die kia zurück nach 238 tagen her und ich kann schon mal sagen es gibt gleich auch seltenere sachen aber hier drunter sehen wir das doppel echo paket nach einem monat zurück und hier sind noch mal und nie wie sachen am start ehrlich gesagt jetzt auch nichts besonderes ich denke mal die hauen jetzt wieder einen riesigen shop rein einfach so ja das zeug auch monat her und hier sieht man schon die kapitel 1 noskins da sind die ganzen weiblichen drin und die ganzen männlichen ja die ganzen alten noskins aus kapitel 1 natürlich richtige og skins eins hat auch noch mal kaufbar mit dem og glider coole alte zeigen gewesen und jetzt über den täglichen sachen wo es auch was seltenes gibt vorne erstmal die sandteil fahren nur monat her nichts besonderes und auch daneben der magnus ist knapp nur monat her dann gibt es einmal gold gräber ebenfalls im monat her aber luftkampf die lackierung ist 1092 tage her und somit schon von einem selten ist aber jetzt ehrlich gesagt keine besondere lackierung nicht animiert nicht reaktiv einfach nur hier diese lackierung die sich jetzt nicht verändert 1092 tage lang konnte man die nicht kaufen dann gibt es noch papier drache 145 tage her so auch ein bisschen seltener und kommt doch nach einem monat zurück und ich glaube das war es dann auch schon da drunter die superhelden sache noch geblieben und sieht so aus als wäre es das gewesen ja okay das war der erste richtige shop ja und wie gesagt schreibt gerne mal rein wie ihr die neue season findet